Hallöche Leute, ihr seid hier genau richtig und warum? Ich mache es kostet schmerzlos, ihr könnt was gewinnen, ja, denn, ja, der jährliche Nikolaustag, der nähert sich mit großen Schritten und ich dachte, ja, Santa Otto, der lässt auch was aus dem Sack fallen und deshalb, Freunde, verlose ich, diesmal allerdings muss ich dazu sagen, nur an Ottonenten, die unter dem Video kommentieren, verlose ich folgendes. Und einmal habe ich hier meine, sieht man das überhaupt? Mal kurz gucken, ja, ja, okay, hier habe ich einmal eine Microsoft Livecam HD 3000, im Volksmund auch OttoCam genannt, ja, die verlose ich an einen, wie gesagt, an einen kommentierenden Ottonenten von mir, ich kann sie einfach nochmal ein bisschen reinhalten, sodass ihr euch da besser ein Bild vermachen könnt. Also eine Webcam von Microsoft, HD-Aufnahmen und so weiter, die ist wunderbar einsetzbar, ich habe die noch gar nicht so lange, habe mir jetzt allerdings eine neue zugelegt, mit der ich übrigens auch gerade filme und deshalb haue ich die einfach raus zum Nikolaus, da kenne ich nichts. Und dann zusätzlich habe ich noch raus drei weitere Steam Keys mit, ja, weiß ich auch nicht, irgendwelchen Spielen dahinter, ich weiß nicht, was dahinter steckt, das könnt ihr mir dann, oder das müsst ihr mir dann sogar sagen. Ja, gibt es noch was zu sagen? Eigentlich war es das schon, ne? Also das Video läuft, bzw. die Aktion läuft bis zum Nikolaus, dann wird mit meinem Zufallsgenerator werde ich eine Person auswählen für die Microsoft Livecam HD 3000 oder auch OttoCam und dann werde ich noch drei weitere auswählen für die Steam Keys. Die jeweilige Person werde ich dann anschreiben, was die Webcam angeht, die werde ich höchstpersönlich natürlich liebevoll verpacken, mit einem Gruß, ja, versehen und dann die entsprechende Person schicken. Gut, das war es eigentlich, Freunde, dann würde ich sagen, haut ihr in die Tasten, ansonsten eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich und sage an dieser Stelle, tschüssi Leute, wallert ihr das und bis bald!